Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Induktionskochfelder ansehen. Das Gorenji GI 6401 BCE ist ein hochwertiges Induktionskochfeld, das sich durch seine Powerboost-Funktion auszeichnet. Diese Funktion ermöglicht es, die Leistung der Kochzone kurzfristig zu erhöhen, wodurch sich die Kochzeit erheblich verkürzt. Beispielsweise kann 2 Liter Wasser in nur 5,7 Minuten von 15 auf 90 Grad Celsius erhitzt werden. Das Kochfeld bietet auch eine praktische Timer-Funktion, die es ermöglicht, die Kochzeit für jede Zone individuell einzustellen. Ein möglicher Nachteil dieses Geräts ist, dass die Touch-Bedienung für einige Benutzer ungewohnt sein kann, insbesondere wenn man zuvor mechanische Schalter gewohnt war. Es wird auch berichtet, dass das Kochfeld bei maximaler Leistung ein hörbares Betriebsgeräusch erzeugen kann. Zusammengefasst bietet dieses Modell eine schnelle und effiziente Kochlösung, ideal für diejenigen, die oft und gerne kochen. Die Sicherheitsfunktionen wie die Kindersicherung und die einfache Reinigung durch die glatte Glasoberfläche machen es besonders attraktiv für Familien. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Das Samsung NZ64 M3-NM1BB ist ein leistungsstarkes Induktionskochfeld, das durch seine vier Kochzonen und eine Vielzahl praktischer Funktion überzeugt. Die Powerboost-Funktion ermöglicht eine besonders schnelle Erhitzung der Kochzonen, was die Zubereitung von Mahlzeiten beschleunigt. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Bedienfeld an der Vorderseite, das eine einfache und präzise Steuerung ermöglicht. Zusätzlich bietet das Kochfeld einen Timer, der sich auf bis zu 99 Minuten einstellen lässt, sowie eine Kindersicherung und einen Überlaufschutz, die für zusätzliche Sicherheit in der Küche sorgen. Zu den Nachteilen dieses Geräts zählt, dass die Touch-Bedienung möglicherweise für einige Nutzer gewöhnungsbedürftig ist, insbesondere wenn man zuvor mechanische Schalter verwendet hat. Außerdem berichten einige Nutzer, dass das Kochfeld bei maximaler Leistung ein hörbares Betriebsgeräusch erzeugen kann. Insgesamt bietet dieses Modell eine schnelle und effiziente Kochlösung mit hoher Sicherheit und einfacher Reinigung dank der glatten Glasoberfläche. Es ist ideal für Familien und Vielkocher, die Wert auf Leistung und moderne Funktionen legen. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Das Bosch PUE611BB5E ist ein 60 cm breites Induktionskochfeld aus der Serie 4. Es verfügt über vier Kochzonen, die alle mit der Powerboost-Funktion ausgestattet sind, welche die Leistung bis zu 50% erhöht und so schnelleres Erhitzen ermöglicht. Die Bedienung erfolgt über Touch-Control, was eine präzise und einfache Einstellung der gewünschten Leistungsstufen ermöglicht. Die Quick-Start-Funktion erkennt automatisch, wenn ein Topf auf die Kochzone gestellt wird und die Restart-Funktion speichert die zuletzt verwendeten Einstellungen, falls das Kochfeld versehentlich ausgeschaltet wird. Ein möglicher Nachteil dieses Modells ist, dass es keinen Stecker hat und daher eine professionelle Installation durch einen Elektriker erforderlich ist. Außerdem verfügt es nicht über die Home-Connect-Funktion, was bedeutet, dass es nicht in ein Smart-Home-System integriert werden kann. Die minimale Arbeitstiefe der Arbeitsplatte muss mindestens 16 mm betragen, was bei der Planung der Kücheninstallation berücksichtigt werden sollte. Insgesamt ist dieses Gerät eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Induktionskochfeld suchen. Es bietet viele nützliche Funktionen und sorgt für schnelles und effizientes Kochen. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie bei den Link in der Videobeschreibung. Das Beko HII 64 200 FMT ist ein modernes Induktionskochfeld mit vier Kochzonen. Besonders hervorzuheben ist die Booster-Funktion, die eine schnelle Erhitzung ermöglicht und damit die Kochzeit verkürzt. Mit der Flexi-Zone können zwei Kochzonen zu einer großen Zone kombiniert werden, was ideal für größere Töpfe oder Pfannen ist. Die Steuerung erfolgt über ein Touch-Bedienfeld, das eine einfache und präzise Einstellung der Kochzone erlaubt. Zudem verfügt das Kochfeld über eine Kindersicherung und einen Timer, der für jede Zone individuell eingestellt werden kann. Ein möglicher Nachteil dieses Geräts ist, dass es eine professionelle Installation durch einen Elektriker erfordert, da es keinen Stecker hat. Außerdem könnte die Touch-Bedienung für manche Nutzer ungewohnt sein, besonders wenn Sie bisher mechanische Schalter verwendet haben. Des Weiteren ist das Design ohne Rahmen, was in manchen Küchenstilen möglicherweise nicht optimal passt. Insgesamt bietet dieses Modell eine leistungsstarke und flexible Kochlösung mit vielen Sicherheitsfunktionen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Familien und Kochbegeisterte, die Wert auf schnelle und effiziente Kochvorgänge legen. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Das AEG IKB644-31XB ist ein leistungsstarkes Induktionskochfeld mit vier Kochzonen, das durch seine AutoMax-Funktion besonders hervorsticht. Diese Funktion bringt die Kochzone automatisch auf die maximale Leistung und reduziert sie dann auf die voreingestellte Leistungsstufe, was den Kochprozess optimiert. Die OptiHeat-Kontrolle zeigt die Restwärme der Kochzone an, was eine effiziente Nutzung der verbleibenden Wärme ermöglicht. Zudem verfügt das Kochfeld über die Hop-to-Hood-Funktion, die automatisch die Dunstabzugshaube steuert, sowie Direct-Touch-Bedienelemente für eine präzise Temperatursteuerung. Ein möglicher Nachteil dieses Geräts ist der Bedarf an einer professionellen Installation, da das Kochfeld fest verdrahtet werden muss. Außerdem ist das Modell möglicherweise teurer als andere Optionen auf dem Markt. Die Bedienelemente erfordern möglicherweise eine kurze Eingewöhnungszeit, besonders für Nutzer, die bisher keine Touch-Bedienfelder verwendet haben. Insgesamt bietet dieses Modell eine hervorragende Kombination aus Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Es ist ideal für anspruchsvolle Köche, die eine präzise Kontrolle und moderne Funktion schätzen. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Das Siemens EH645BF-B6E ist ein Induktionskochfeld mit 4 Kochzonen. Jede Kochzone verfügt über eine Powerboost-Funktion, die die Leistung um bis zu 50% erhöht und so schnelleres Kochen ermöglicht. Die Quickstart-Funktion erkennt automatisch, wenn ein Topf auf die Kochzone gestellt wird und die Restart-Funktion speichert die letzten Einstellungen, falls das Kochfeld versehentlich ausgeschaltet wird. Das Kochfeld ist mit Touch-Control-Bedienelementen ausgestattet, die eine präzise Steuerung der Temperatur ermöglichen. Ein möglicher Nachteil dieses Modells ist, dass es eine professionelle Installation durch einen Elektriker erfordert, das fest verdrahtet werden muss. Zudem könnte der Preis für manche Nutzer eine Hürde darstellen, besonders im Vergleich zu herkömmlichen Kochfeldern. Insgesamt bietet dieses Gerät eine hervorragende Kombination aus Leistung und modernen Funktionen, ideal für diejenigen, die schnelles und effizientes Kochen bevorzugen. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Das Bosch PVS 845 HB1E ist ein Induktionskochfeld mit 4 Kochzonen, das durch seine vielfältigen Funktionen überzeugt. Besonders hervorzuheben ist die Powerboost-Funktion, die die Leistung der Kochzonen erheblich steigert und somit schnelleres Kochen ermöglicht. Die PerfectFry-Sensor-Funktion sorgt für eine optimale Bräunung von Speisen durch die Steuerung der Temperatur in 5 Stufen. Das Kochfeld verfügt zudem über QuickStart, das automatisch die Kochzone erkennt, auf der ein Topf platziert wurde, sowie Restart, das die letzten Einstellungen speichert, falls das Kochfeld versehentlich ausgeschaltet wird. Ein möglicher Nachteil dieses Geräts ist, dass es eine professionelle Installation erfordert, das fest verdrahtet werden muss. Außerdem könnte der Preis für einige Nutzer höher sein, insbesondere im Vergleich zu Standard-Kochfeldern. Insgesamt bietet dieses Modell eine hervorragende Kombination aus Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, ideal für diejenigen, die Wert auf modernes und effizientes Kochen legen. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!